Ich habe mit meiner Mutter in Deutschland gekommen und mit meiner Brüder. Bei Deutschland gut, bei Mazedonien nicht gut. Vielleicht in anderen Ländern muss man den Teller auch so rüberschieben. Woher soll er wissen, dass er den Teller nicht drüberschieben darf? Er sagt, dass er den Teller nicht drüberschieben darf. Er sagt, dass er den Teller nicht drüberschieben darf. Guten Tag, ich suche mit einem Wohnen in Hamburg. Und ich habe Großfamilien sechs Personen. Ihr wisst ja, nach Deutschland kommen im Moment ganz viele Flüchtlinge. Und nicht alle dürfen hier bleiben. Die Mama hat mir erzählt von Jana, dass sie zurück müssen und dass sie das aber natürlich nicht so gerne wollen und dass sie sich jetzt im Moment verstecken. Die kommen immer jeden Abend. Die kommen immer wo ich, die liegt zu. Ich war auch aus der Laufgetein. Ich habe mich, die Beine aus ihren Krebs meld. Ich habe ja überhaupt dankbar gedacht, die Verkümler ist das. Ich bin ja kein Problem, wie die Verkümler. Ich habe kein Problem, wie ein Dufeier. Ich habe sie gesehen, dass sie sehen. Ich bin doch alle, die Verkümler sind. Ich habe sie auch an, wie sie sehen. Ich habe sie auf das HerzbeFOachflächen. Untertitelung des ZDF, 2020